Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute machen wir Dummheit. Sind alle da drin jetzt hier? Drei Rottweiler, drei Menschen und wir fahren jetzt zum Nampung ein bisschen schwimmen. Ja, ich hab ja einen Pool, aber scheißegal. Da können die Rottweiler ja nicht rein. Also, jetzt fahren alle mal los. Nampung, fröhlicher Badespaß im Nampungsee. Auf geht's. Okay. Körg, hab mehr. Wirt hat Porn immer die Kamera in der Hand. Von wegen hier Porn mit Stringtanker oder so, das kommt hier nicht auf den Wild drauf. Nee, nee, aber hier. Sexiest Poolboy in Town. Der kommt wieder. Sexiest Poolboy in Town. Dings ist geil, wie sagt ihr doch. Porn immer nai. Porn immer nang, la. Porn, porn, porn immer nai. Porn, porn immer nai. Porn, porn, porn immer nai. das ist es enclosed. Du hast gerne einen Kuch in 일본use. Ich habe keinen Delft auf. Ich mag ihn nur ein. Ich habe einen Machen. Es ist so schön. Du willst mir jetzt diesen Kuchlhaus etwas knackt. Es ist einfach so schön. So habe ich dir in Thailand. Ich habe eine Ernstlichen Kuchlhaus. So mache ich, die Kuchlhaus. Da braucht man nicht nach Partei oder Rad. Da braucht man Adolf. Da! Adolf! Wo mein Adolf? Wo? Hier! Leliu! Erl am Haame! Erl am Haame Leu! Arnot! Der Janbass! MittBub-Leu, Leu, 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 Der, Leu, Leu, Leu! was brauchst du da noch partier brauchst du noch jetzt partier brauchst kein partier mehr brauchst kein strand das alles hier zu hause hier alles vor der tür also ich schätze mal so ich schätze mal das fühlt sich echt an wie wärmer als bei mir zu hause ich sag mal so 30 grad sag ich mal sie kann sehr gut schwimmen die kira ist eine sehr gute schwimmerin ausdauernd oder keine angst gegen also ella ist ein bisschen anhänglicher das käme ja schon ein bisschen anhänglich hier sie hier und adolf kriegt nicht genug bei dem musst du manchmal aufpassen weißt dass der nämlich da so früchte ist dann weißt du und immerhin der ball her scheißegal bis er mal echt nicht mehr kann und dann fast abseucht ne ja ich weiß ich sag schon ich sag schon gerade ja ich schätze echt so wassertemperatur bestimmt 30 grad badespaß am nampungsee also ist von uns echt nicht weit weg also wie lange fahren wir da hin mein gott ja ist hier gut das dorf durch dann da ne das sind vielleicht fünf kilometer oder warte sie sind an dem badestrand hier naja strand strand ja ja gut naja man geht ja auch noch ein muss keine angst haben jetzt bei kira muss keine angst haben die schwimmt hier stundenlang das ist eine sehr gute schwimmerin sie hier hat doch nicht so ein dickes fell ne die kira die hat also ein dünneres fell deswegen schwimmt sie auch so ausdauernd glaube ich auch weil die anderen zwei haben doch ziemlich dickes fell ne guter wurf drüber weg da kommt sie wieder hier da kommt sie wieder guck mal hier da kommt sie wieder sexiest pool boy in town sie wieder die 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 Häng, hör, hör! Häng, hör, hör! Ah, herrlich, herrlich! Was hützt du in der Nähe? Gar nicht! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey, ey! Hey, hör, hör! Oh, ey, hör! Hey! Oh, ey! Das ist ein Nets. Ja, ja, ja. Ja. Checkmark, checkmark. Oh, wasser? Was? Oh, wassit? Oh, wassit? Oh, wassit? Wasst ihr, wasst? Ich will sehen die Menschen, so kommt es. Wasst ihr? Wasst ihr? Ja! Das ist ein Korn, das ist ein Korn. Das ist ein Korn. Die Kamera läuft noch. Ich habe auch Dauer gemacht. Weil keiner mit der Kamera, Mann oder Frau machen hier. Daran! Das kann sie zurück. Der ist eine Korn. Das ist ein Korn. Das ist ein Korn. Das sind die Korn. Das ist eine Korn. Der ist eine Korn. Der ist eine Korn. Ich habe schon Zeit. Das ist ein Korn. Star я auch. Der ist ein Korn. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es gibt einen kleinen Schuch. Das kommt noch ein bisschen. Aber wir machen sich die einen Schuch. Das ist ein bisschen ein bisschen. Oh, wir machen das. Ja, wir machen das. Das ist ein bisschen. Aber wir machen das. Da sind die Schuchzen. Ich bin der Schuchzen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen fertig. Hörst du den Ball in deinen Arsch gestummen oder was? Hörst du den Ball in deinen Arsch gestummen? Hörst du den Ball in deinen Arsch gestummen? Kira hierbleiben. Kira hierbleiben. Hierbleiben. Aber so sieht man es nicht aus, das Wasser kann man es nicht sehen. Kira hierbleiben. Kira hierbleiben. Kira hier. Kira hier. Halt weg. Kira hier. Kira hier. Nein, in Deutschland gibt es auch viele Sehnen, wo man Hunde nicht reinlassen kann. Darf man das nicht gar nicht socken. Aber ich habe es sowieso nicht. Ich habe es noch mit drei Kampfhunde genommen. Das ist so schön. Es ist ein Wunden. Ich habe es ja vorher. Ich habe dich wegbekommen. Wenn ihr euch nicht in die Tür fällt, misst ihr euch nicht socken. Das ist diese Tür zu fallen. Ich habe das nicht in die Tür. Wenn ihr euch nicht befre shieldet. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was heißt das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Ja, wir sehen uns dann, heras habe ich auch mal auf den Kihatten. Wir sehen uns, wenn ich drei ein? Ist mir die Höhe? Na wo ist der Körper, und ich fühle mich. Ist mir ein Kut, da käyert, ist das der Körper. Ich stehe mir ein Pfeil, ums in der Kut race. Ich Mund habe etwas in der Kut Dann gemacht. Ich hab mich mit dem Kut als ein Kut nicht so machen. Aber die Ich spiele wirklich nicht so machen. Nein, es ist so ein Kut, eine Kutzeil. Bist du Säu, oder kommt es schauектор bleibt im NAH. Kannst du sonst noch mehr machen? Du hast dann einen Rang gehackt. Du hast dann einen礙 sauer interpretiert. Du hast ja das mit. Ich bin ja da. Ich habe mir gesagt, was du bist. Ich habe einen Rang überrascht. Wir sind jetzt ein Rang, ich bin fertig. Ich habe dieses Rang fangen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh, oh. Vielen Dank. Ja, das ist gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja gut, das sind, also ich mache, wenn du so rumfährst, sind es noch nicht mal fünf Minuten, ne, Hauptstraße lang fahren dann da. Und du kannst ja in Thailand auch deine Rottweiler mitnehmen, Rottweiler mitnehmen zum See. Mach das mal in Deutschland, geh mal mit drei Rottweiler irgendwo zum Schwimmsee hin. Aber die werden dir ganz schön was erzählen da, von wegen Kampfhunde und so, naja gut. Also, kann man hier alles schön erledigen und wir hatten unseren Spaß heute, die Hunde sind noch am Jappen hier, guck mal hier. Also, wenn man daran denken, teilen den Liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Frauen aus Thailand. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank und vielen Dank. Ich bin der Uwe, vielen Dank. Tschüss, Le. Tschüss, Le.